Das ist unsere brandneue Fischer Pro-Mountain-Linie und Mountain-Ski, die bei einer Mittelbreite von 74 mm beginnen bis zu einer Mittelbreite von 95 mm gehen. Je schmäler die Ski, desto eher sind sie für die Piste geeignet. Je breiter sie sind, desto wohler fühlen sie sich im Gelände. Ganz wichtig in der Entwicklung war für uns Leichtigkeit bei diesem Modell. Trotzdem wollten wir euch eine maximale Power-Performance bieten. Das ist uns gelungen durch den Einsatz des Air-Tech-Holzkernes, eines gefrästen Kernes, der dadurch extrem viel Gewicht einspart. Einige Modelle haben zudem eine Carbon-Schaufel und ein Carbon-Ende. Dadurch wird die Schwung-Einleitung und das Schwungende sehr harmonisch. Optimale Spurtreue bekommt ihr durch die Titanal-Begurtung, die in einigen Modellen verbaut ist. Besonders stolz sind wir auch auf das Design des Ski. Die Oberfläche, clean, technisch, sportlich, ohne Spielereien. Die Base in Neonfarben kommt richtig, richtig gut rüber auf der Piste und auch im Gelände. Wenn für euch Vielseitigkeit wichtig ist, ihr sowohl auf der Piste als auch im Gelände zu Hause seid, dann solltet ihr euch die neue Promount-Linie von Fischer genau anschauen.